Die 15 grössten Zoos der Schweiz im Rahmen des Wettbewerbs Schweizer Jugendtests zu bewerten, das war das Ziel für die Klasse 8 aus dem Schulzentrum Wortboden. Zusammen haben sie in einem aufwendigen Projekt Kriterien erstellt, Geld für Reise organisiert, Zoos besucht, Resultate ausgewertet und aufwendige Texte geschrieben. Dass sie die Zoos nicht wie Natierschützer bewerten können, ist klar. Darum haben sie sich entschieden, die Zoos aus Kundensicht zu bewerten. Dass hier auch viel nebst der regulären Schulzeit gemacht werden muss, ist klar. Trotzdem ist das Projekt auf Motivation und Freude gestossen. Ich habe das Projekt mega cool gefunden und es hat gefällt, als mit der Klasse zusammenzubringen. Ja, dass man mit dem Kuchen abwachen kann, sehr lustig sein, ist eigentlich das Beste gewesen. Wir haben viel miteinander gemacht, aber man fühlt sich eigentlich weniger machen. Zu den Testresultaten haben sie auch ein 13-seitiges Tagebuch und einen 16-seitigen Augenzügenbericht mit den Eindrücken zu den einzelnen Zoos mitgeschickt. Auch nach dem Projekt bleiben der Klasse viele schöne Erinnerungen, die sie nicht so schnell wieder vergessen werden.